Herzlich Willkommen Leute. In diesem Video möchte ich einiges erzählen bzw. anknüpfen an dem vorherigen Video. Und zwar, da hatte ich einiges zu Facebook-Werbung und Instagram-Werbung erzählt, wie ihr das auf Amazon bringen könnt. Und hier möchte ich in diesem Video mehr bei Amazon bleiben, interne Amazon-Werbung, nennt sich Amazon PPC, Pay Per Click. Und wie ihr seht, wollte ich einfach zeigen, durch die ganzen Fehler, die ich gemacht hatte in der Vergangenheit, führt jetzt dazu, weil, wenn man viel erzählt, ja, es ist viel erzählt, aber am Ende des Tages zählt das, was man vorbringt. Und das ist das einfach, was ich euch zeigen will, dass sich einfach fundiertes Wissen auch sich lohnt und ich weiß, wovon ich rede. Und so ein Killer-Arkos kriegt ihr nirgendswo einfach, kriegt ihr nirgendswo. Und für mich war das einfach auch schon wow. Also gebt euch das einfach mal kurz. Wie ihr hier seht, ich habe zwei Klicks für 0,07 Cent und dadurch ist halt ein Verkauf entstanden. Und dann gebt euch mal meinen Arkos. Mein Arkos ist 0,59. 0,59. Fragt mal jemanden, der sich mit Amazon FBA oder Online-Verkäufen sich auskennt. Sagt euch, was Arkos, ich gehe mal nochmal auf die Bedeutung, was Arkos. Wenn man einen Arkos von 0,59 hat, ob das gut ist oder schlecht, der wird euch das sagen. Also wenn ihr jedes Mal für 0,7 oder 13 Cent, aber dafür 21 Euro bekommt, rechnet mal hoch. Rechnet mal hoch, ob sich das rentiert oder nicht. Würdet ihr jedes Mal 13 Cent ausgeben, damit ihr 21,60 Euro verdient. Und das schreibe ich jederzeit, sofort, sofort. Und das sind so Sachen, die ich zum Beispiel in meinem Video, in dem Kurs halt zeige. Hacks, Fehler, die ich gemacht habe oder was ihr am besten macht, um solche Ergebnisse zu kriegen. Deswegen, ich kann das nicht oft genug sagen. Teilt das Video mit Freunden. Investiert in euch wirklich. Investiert in den Kurs und dann investiert in Produkten, die euch immer wieder Geld zurück nach Hause bringen. Die bringen euch mehr geile Freundinnen, also falls ihr eine Frau seid, Freund, irgendwie zurück und noch mehr. Die bringen euch immer wieder welche mit nach Hause, eine fette, fette Party. Von daher, ist halt ein bisschen Spaß beiseite. Aber ist einfach so, anstatt in irgendeinen Schuh zu investieren, was ihr in einem Jahr sowieso kaum tragt. Und das hat 300 Euro gekostet für einen Katz. Gibt ihr das Geld sinnlos an Nike? Investiert das Geld in euch selbst. Holt euch fundiertes Wissen, was keiner von euch, keiner von euch, keiner von euch nehmen, je wieder nehmen kann. Und im besten Fall, wenn ihr daran bleibt, wird euch das Wissen euch einfach mehr Geld generieren. Und euch freimachen, weg vom Hamsterrad. Und somit habt ihr noch ein vollfülltes Leben, wenn es um rein finanziellen Sachen geht. Und deswegen also, gebt euch einfach den Kurs, guckt euch die Videos, lasst mir einfach ein Abo da und ein Kommentar und ein Like. Würde ich mich freuen, wenn dir das gefallen hat. Und wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.